Bevor das Video losgeht, ist es ganz wichtig, es ist gerade 2.30 Uhr, deswegen entschuldige ich, wenn ich ein bisschen viel rede und so. Es ist fast gar nicht bearbeitet und ich hoffe trotzdem, dass ihr euch das anguckt oder wenigstens, keine Ahnung, mal liked oder so, weil ich bin halt echt hart am Vorproduzieren gerade, also drei Videos in einer Nacht. Ich weiß, ich sag das wahrscheinlich im nächsten Video auch nochmal. Ich hab's halt mega heftig und ich hab's halt gar nicht bearbeitet eigentlich. Trotzdem hat es dieser Drops, also Steven, übelst heftig ausgerastet zwischendurch und deswegen ist auch keine Hintergrundmusik da, weil die ein bisschen leise waren, aber es ist schon ziemlich lustig eigentlich, wenn ihr euch das mal ganz gibt. Also hoffe ich, es gefällt euch trotzdem ansonsten. Und in der Beschreibung Instagram und hier Snapchat, da, wie heißt das, schreibe ich gerne mit den Leuten und schicke Bilder dann her, so Snapchat ein bisschen, so easy peasy, ne Homo, ne. Ach, ich laber scheiße, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und das ist einfach nur, um aktiv zu sein, Leute. Also wie gesagt, Urlaubscontent 1 von 2. Glaube ich, viel Spaß. Ey, das ist überhaupt eklig. Oh mein Gott. Hilf jetzt! Ey, man kann nämlich doch mal ein Gamen, Alter, was ist das denn? Fick dich doch! Ey, das ist ja immer müh. Mann, ich rechne, ey, das fackt mich doch wieder ab. Digga, die Waffe zieht 20km zu Recht, ey. Alter, ich hätte fast mein Handy gegen eine Wand geschmissen, Alter. Aber ich weiß nicht meinem Eindruck nicht. Ey, was ist das denn, Mann? Too easy, mofogger. Was willst du tun, ey? Ja, komm her, ich fack. Was willst du tun? Nicht mehr lange und mein Controller ist kaputt. Easy. Alter, fängst du dich auf die linke Tour an, oder was? Wo ist der, wo ist der? Okay, mhm, easy. Fuck, Alter. Easy. Digga, was soll ich mich jetzt wieder holen, Alter? So. Blitzschlag, Boys. So, jetzt hab ich meinen Controller wieder. Digga, dich fick ich jetzt mal. Digga, hör auf! Hol mich nicht von hinten! Digga, wenn ich jetzt sterbe, löst du jetzt Ende. Geschütz, Boys. Nee. Nee. Ich hab doch gesagt, nein, Mann, ich hasse die Waffe. Warum hast du die Waffe, Digga? Jo, ja, ja, wenn ich in der Mitte bin, machst du den Blitzschlag. Bist ja echt in der Mitte. Oh, easy. Was ist das? Du schluckst doch viel, Mann! Das ist so unfair! Ey, mach Geschütz! Viel Spaß, Alter. Ich sag's dir. Alter. Ey, mach's. Gnanenlos, Boys. Wieso kannst du mit der Waffe eigentlich umgehen? Bist du so ein Scheiß, Digga? Ich weiß es selber nicht. Digga, dein Geschütz. Das meinst du nicht ernst. Du hast ja nicht wirklich ein Geschütz. Ey, das Geschütz fängt euch so in den Arsch. Digga, Digga, weißt du, die Waffe ist doch genug Qual, Digga. Musst du dann noch so ein Geschütz da hochstellen. Easy peasy. Yo! Oh, ich hab noch eine Ferngladung, chill. Alter, wie schnell man damit droppt, ist so krank, Alter. Drop, Drops. So lustig war da auch wieder nicht, Alter. Ey, ihr werdet richtig geflückt von mir, Mann. Passiert das noch einmal, ist mein Controller ganz kaputt, Digga. Passiert das noch einmal, ist mein Controller weg, Digga. Dann ist der Weg, Alter. Ey, ich schwöre euch aber gerade, das ist meine Lieblingswaffe. Alter, ich mach nur Claire gegen euch. Digga, warum kannst du mit der Waffe umgehen, Mann? Das ist doch gar nicht fair, Mann. Ey, nein. Nein. Digga, ich weiß, was ich mache. Was? Loll. Loll. Ja, jetzt wacke ich mir nicht. Jetzt. Ich hab ihn noch gehen, Wave. Mann, ey, der macht wirklich nur Claire gegen euch. Das ist so eine Frechart, Alter. Oh. Digga, er pflückt uns gerade. Nein. Nein, Drops. Komm, Steven. Fette Sau, Alter. Der Schlitzauker und der Türke müssen jetzt Kilian aushalten. Digga, Steven. Nicht mich rüchschießen, Alter. Ich hab dich nicht mal berührt, Alter. Digga. Nein. Digga, ich weiß, wie Regan Drops wollte ich den easy kill, Alter. Meine Fresse, Samik, du gehst mir so auf die fetten Nüsse, Alter. Ach, sie haben eigentlich... Warte, 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 warte. Du bist Asiater, also fette Nüsse passt das schon mal nicht. Okay, dann kleine Nüsse, du dummes Arsch. Das ist halt so fette, Alter. Er sagt's halt einfach selber. Was kann denn ich dafür? Es ist halt einfach die Wahrheit, Alter. Da steht wieder... Oh, ich hab's gefickt. Meinetwegen hast du das halt gewonnen, Digga. Sieben, wir gehen jetzt beide um mit Zeus und Kevin. Komm, Kylian darf nicht gewinnen. Komm hoch. Sieben, komm hoch. Sieben! Sieben? Oh mein Gott. Hör mal auf. Hör mal auf, Digga. Hör mal auf. Pack mir dich jetzt. Lol. Was? Dein Geschwitz hat mich nicht geduldet, Alter. Dein Geschwitz macht einfach gar nichts, Alter. What the fuck, Alter. And... Ah... Ey, ich kann... Hör erst, bevor das Eier legt, Samik. Mach ich, mach ich. Mach ich. Ich hab's kaputt gemacht. Hatte ich mir das jetzt, bevor das Eier legt? So ein paar Gesch... Ey, Mann, das ist doch eine Frechheit, wie viel du immer schluckst, Julian, Alter. Ohne Spaß, und dann gibst du mir so einen dreckigen Hater. Das ist doch... Das ist so unfair, Mann. Das ist so unfair. Digga, Steven. Entfindlichkeit auf... Johoho. Warum hast du ne Stolperfalle? Lol. Ja, Digga, ja, Digga, ja, Digga. Hä? Da ist doch gar keine... Ne. Äh. Ey, kloppen wir kill. Nein. Ey, kloppen wir kill, Mann. Ey, kloppen wir kill. Ey, Bruder, warum? Ey, kloppen wir kill. Ey, kloppen wir kill. Ey, er boxt nicht. Oh, sie hat er boxt nicht. Aber Leute, ich glaube, ich wechsel nicht speziell. Wie kannst du mit 200 Waffe aimen, Alter? Das ist doch unfair. Äh. Vielleicht aimt der gar nicht Doch, Digga Was? Ja, ach so, ja Halt die Schnauze, man Wie kann ich damit aimen? Fett Stück Scheiße Fetter, verfettete Portwall Und hiermit endet auch plötzlich das kurze Urlaubsvideo Es ist gerade 3.14 Uhr in der Nacht Mann, ich habe jetzt einfach zwei Videos vorproduziert Oder drei Videos eigentlich schon aus Einen habt ihr wahrscheinlich schon gesehen Das Real-Life-Ding-mäßig Ist auch egal Auf jeden Fall Hoffe ich euch hat das Video irgendwie gefallen Wenn ihr bis hierhin geguckt habt Schreibt einfach mal in die Kommentare Dass ihr bis hierhin geguckt habt Müsst ihr nicht, aber wäre ganz nice Würde ich mal wissen, ob ihr sowas eigentlich auch ein bisschen feiert Oder ob ich das einfach lassen soll Weil ich komme in einer Woche wieder Oder so in eineinhalb Und dann kommen auch wieder so richtig aufwendige Videos Ach, ich glaube man merkt, dass ich übel zum Arsch bin Aber 3.15 Uhr, Leute, ich gehe jetzt pennen In fünf Stunden aufstehen Ich wünsche euch einen schönen Tag Nicht vergessen, Instagram und Snapchat auszuchecken Dann kann ich mit euch ein bisschen snappen, Leute Haut rein Ich wünsche euch einen schönen Tag Peace